erst mal darf ich fragen wie alt du bist ich bin so ein bisschen am knobeln ob du 18 bis oder 40 da könnte so alles es ehrt mich dass du mich schon auf 18 schätzt aber ich bin doppelt als 36 im wert in vier tagen sogar 37 in der tat aber eine freundin hattest du noch nicht bislang oder noch gar nicht ich hab's aber schon überall versucht offline offline dening welt ich habe alle schon durch okay also du merkst es ist noch nicht ist von erfolg gekrönt was kannst du ihm raten zugegebenermaßen man sagt halt immer auf das äußere kommt nicht an muss man halt sagen ist halt leider bullshit ja also wird ja schon gerade bei online dating das einzige was die leute sehen ist dein profilbild zunächst und da darauf basierend wirst du halt gejudged die leute entscheiden dann yes und ich muss leider sagen ich kann mir gut vorstellen das hat dann vielleicht nicht so von erfolg gekrönt ist bei dir einfach mal die haare den look denke ich die haare könnte man vielleicht aber du magst es vielleicht mit langen haaren aber hast du darüber nachgedacht dann die haare mal anzugehen ich wollte immer mal ein jesus sein quasi jesus lange haare mein gott ja ich hatte auch mal ganz kurze aber ich sagte mir ich wollte mal wie eine frau aussehen wie sich eine frau so fühlt mit langen haaren so und quasi was jetzt die optik so betrifft ich habe auf meinen dd profilen auch ganze sachen an habe schon mehrere fotos probiert und trotzdem klappt es nicht weiß nicht woran liegt an meinen äußeren oder an meinen gesichtszügen kritik also an dein gesichtszügen das glaube ich wirklich überhaupt nicht also das kann nicht sein vielleicht ist es so dass sich durch den äußeren look der ein oder anderen nicht angezogen fühlt in dem moment ja das mag sein und ich glaube es ist eine wichtige botschaft korrigiere mich verändert man seinen charakter wenn man also wenn man sich auch äußerlich verändert ich würde nicht unbedingt sagen also im inneren bin ich auf jeden fall immer noch der nerdy boy der auch gerne zu hause sitzt und den tag zu hause verbringt also ich habe definitiv zwar äußerlich da einen 180 gemacht aber innerlich bin ich vielleicht doch irgendwo noch der gleiche geblieben also keine scheu davor darum geht es mir er muss ja keine angst haben ich glaube aber weißt du was mein lieber damit das ja auch alles wirklich läuft ja brauchen wir natürlich auch irgendwie experten hier am start und deswegen freue ich mich über meine nächsten beiden gäste styling expertin olga und marcus die beiden können ihr handwerk und die werden uns heute tüchtig unter die arme greifen wir freuen uns dass sie da sind herzlich willkommen olga und marcus herzlich willkommen ich freue mich dass ihr da seid wir haben hier einen ziemlich harten fall eine harte nuss zu knacken olga du bist ja styling fachfrau was können wir tun ja erstmal ist es sage ich bitte schade für so einen jungen attraktiven mann aber das machen wir schon heute ja aber was willst du ihm raten weil er verweigert ist so ein bisschen obwohl er so viel ablehnung erfährt und eigentlich da traurig drüber ist ja will er trotzdem nicht ablassen von dieser idee so sein so so auftreten zu müssen was kann man da immer mitgeben damit er lust entwickelt zur sache das man mit einem neuen outfit und man kann so viele ziele erreichen im leben sich ändern meinst du ja tatsächlich weil jedes outfit ist eine message die man in der welt sendet und die welt empfängt diese message und das ist quasi gehört zu der non verbalen kommunikation was ist seine message was denkst du was was sendet er aus mit dem look den er jetzt hat er sendet die message dass ihm sein äußeres und sein leben komplett egal ist ein bisschen ja das ist ja was du sagst ja genau so empfinde ich das auch ich empfinde das ganz genau so das ist eigentlich der kern was man ausstrahlt das sieht man auch an hat mir und gesagt in vergangen zeit so wie du rüberkommst diese leute ziehst du auch an und da ja also ich lieg ja viel mehr wert auf charakter ich sag mir ich will nicht dass die leute mich daran beurteilen wie gut ich aussehe und daher will ich das bei mich so an wie ich bin und erst dann kann man sagen du veränderst dich aber vielleicht musst du es mal anders machen die leute sehen vielleicht gar nicht den guten charakter weil sie sich so konzentrieren auf diese etwas eigenwilliger art mit diesen zotteligen haaren und so weiter das vielleicht gar nicht die das wesentliche schöne erkannt wird in dem moment die frage gebe ich jetzt auch mal du bist ja von wirklich mit leidenschaft mit haut und haar friseur genau ja und ich meine was geht ihr denn so aus friseursicht da durch den kopf wenn du jetzt bisschen versutzelt das erste was natürlich menschen natürlich ist ein charakter wichtig aber das erste was mensch sieht ist natürlich das aus äußere heißt dieses auftreten die haare die person das gesicht und die kleidung und davon wird sehr viel hervorgeholt sozusagen das wichtige ist wirklich ja für mich ist es nicht gepflegt aus ich sage wie es ist ist jetzt natürlich sehr dünne haare auch natürlich auch vom groben her aus jedem menschen kann man was machen weil jeder mensch ist natürlich einzigartig jeder mensch hat so seine art jeder mensch ist schön auf seine art aber da kann man auf jedenfalls rausholen ja klingt perfekt gut schon mal klingt schon mal ganz gut und er hat ja gestern ein stündchen unter der dusche verbracht ja also haare sind noch frisch insofern lässt lässt sich da ja auch ordentlich was draus machen ja mal weil deine mutter hat ja erzählt dass das manchmal so ist dass du dann auch gar nicht dich gar nicht so richtig pflegen willst und so weiter um dann wieder eine stunde irgendwo unter der dusche zu stehen ich sag mir wofür willst du dich pflegen wenn du noch gar keine freundin hast wenn du sowieso nur zu hause sitzt und das ist genau das es wird vielleicht auch nie eine freundin kommen wenn du nicht so muss das muster durchbrechen das ist das problem weil sonst werden sie immer sagen nee das sieht mir ungepflegt aus nee das ist nicht meine art und weise mag ich nicht so gerne versuch doch mal weil du wünschst dir ja vielleicht auch eine freundin wie du gesagt hast ja also insofern versuche es wir haben extra heute gute leute hier ja und ich habe mir fest als aufgabe gesetzt dass du heute mit einem superschönem feedback mal nach hause gehst weil ich höre das war lange nicht mehr da ja schon lange nicht mehr also ja das ist unsere unser erklärtes ziel für heute okay na gut was können wir tun dann würde ich sagen ich schicke euch mal kurz gucken du gehst erstmal mit jeff in die styling ecke rüber ja und danach nimmst du dir den jeff und machst mal ein bisschen schnippel 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 du bist im besten herrn ihr beiden kommt mit jeff ja kommt ihr mal mit zu mir ist das hier die kleiderstange ja wo wir auch für jeff ihr hattet schon so ein bisschen geguckt drehen wir uns so ein bisschen dass die kameras es auch sehen können wir können jetzt ihn hier nicht in smoking stecken das wäre käse also smoking nicht aber wir haben uns paar outfits herausgesucht auf jeden fall also ein anzug was muss das muss nicht unbedingt spießig ausschauen das können wir auch mit einem rollkragenpulli oder sogar mit einem hoodie mal kombinieren und mit schicken snicker oder eben lofa also das müssen wir schauen deswegen nicht erschrecken ich verstehe dass es vielleicht nicht gerade deins ist aber wir machen unser unser einfachen sein job und ja weil das anzug ist natürlich schon gleich so ein bisschen die königsdisziplin jetzt genau aber wie wir stylen so dass du dich doch wohl fühlst wir geben unser bestes genau wir haben noch einen jeans eine ganze jetzt nicht zerrissene und die kann man auch ganz schick steilend beispielsweise mit den lofa und weißen weißen socken was die mal raus was du für ihn richtig findest alles klar ja ich frage dich natürlich was du vielleicht dir wünschen würdest ich gehe auf die wünsche ich auch mehr für dich als genau dann eine schicke hose aber den anzug müssen wir auch mit rein hast sie ihm ihr müssen anprobieren müsste passen ja dann würde ich das machen lassen wir die karierte hose da da machen wir mal jeans glaube ich nicht immer ich glaube wenn das gefälle zu groß ich weiß wie sagt ihr was ihr denkt wenn es zu krass wird dann dann trägt das nicht oder es muss step by step sein ich würde vielleicht beides probieren und einfach mal gucken was dann optisch für ihn gut ist wo es sich wohlfühlt das ist cool vielleicht werden wir überrascht wer weiß nimmst mit ich nimmst welche schuhe weiß sieht gut aus weiß ja weiß und heile ok die hier genau das heißt du nimmst markus nimmt jetzt mit den jazz du gehst mit ihm nach hinten ihr geht alle zusammen und wir gucken mal was jeder jetzt zaubert und bin gespannt wir sind ich denke mir auf todschick ja also todschick weiß ich noch nicht mal ob ich das richtig für ihn fände ich glaube tatsächlich für ihn ist es cooler wenn er erstmal so ein bisschen ich glaube er ist kein typ dem man so 180 grad wie bei dir ich glaube das ist schwierig aber das ist dann heute Martin man kann jetzt so komplette umkehr machen aber ziel wäre dass ihr nach hause geht und wirklich eine schöne veränderung stattfindet dass der lust entwickelt weißt du so ein bisschen freude an der sache dann denkt die gemeinte wir haben neun einwohner Gibt es jemanden im Publikum, der Lust hätte, sich mal umstylen zu lassen heute? Guck mal hier, das ist ja cool, haben wir hier schon bei, warte, ich glaube, obwohl du schon so eine super coole Lederjacke anhast, oder was? Die finde ich ja schon spitze, aber komm mal mit, finde ich cool, wo ich dich eigentlich schon echt toll bin in deinem Luch. Hier, komm mal erst mal zu mir, komm mal her, nimm mal die Handfunke. Also ich muss fairerweise sagen, ich mag deinen Look sehr, ich finde den ehrlich toll, ich liebe deine Jacke. Trotzdem, man kann ja auch, wenn man schon einen coolen Look hat, mal gucken, was es noch für Möglichkeiten gibt. Was bedeutet Mode für dich? Mode bedeutet eigentlich, einfach reinsprechen. Mode bedeutet eigentlich für mich ziemlich viel, also ich bestelle leider ziemlich viel online, muss ich auch sagen, aber ich bin auch immer offen für was Neues, deswegen, wenn es mir gerade angeboten wird, einfach mal gucken, ist natürlich auch immer so eine Sache, ich glaube, wenn dann jemand wie die Olga natürlich mit einem anderen Auge drauf guckt, die sieht vielleicht was anderes in dir als du selber, aber auf was hättest du denn mal Lust? Ich würde meinen Style an sich jetzt so ein bisschen sportlich beschreiben und wenn man mir vielleicht einfach mal was anderes zeigt, ja, warum nicht? Make-up-mäßig, du bist ja so ein Beauty-Typ, ganz natural, ne? Ja. Hättest du da auch mal Lust zu, zu sagen, okay, ich gehe mal jetzt einfach so Make-up-mäßig mal ran, ich schminke mal, ich mache mal die Haare ein bisschen? Ja, gerne. Hättest du Bock drauf? Also, auf jeden Fall. Ja? Dann würde ich, du bist auch Make-up-Artist, ne? Du bist auch in diesen Sachen gut unterwegs? Ich schminke ja auch. Ja, insofern, vielleicht wäre es cool, wir haben eine Ecke aufgebaut, ja? Ja, wollt ihr euch da mal hinsetzen, dann kommt mal mit, ihr beiden, wie heißt du? Tessa. Tessa. Tessa, setzt sich mal hin. Ja, nimmt da Platz, genau. Olga, du hast hier alles, wir haben dir die Sachen hingestellt, ich hoffe, dass das alles das ist, was du brauchst, um gut zu schminken. Ja. Ja? Was für einen Look wirst du machen bei der Tessa? Ich werde ihre Natürlichkeit unterstreichen, einfach mehr Frische reinzubekommen, ein bisschen Rusch, ein bisschen Lippen, nicht verstellen, nicht verändern, sondern einfach mehr Frische und Natürlichkeit und Weiblichkeit. Okay, fangt ihr an? Alles klar. Ja, ich bin gespannt, was da gleich rauskommt. So, wir kommen zu meinem nächsten Gast und ich freue mich, dass sie da ist, denn sie ist sozusagen die Schubumkehr zu dem, was wir von Jeff gehört haben, die würde niemals das Haus verlassen, ohne top gestylt zu sein. Wir freuen uns ganz doll, dass sie da ist. Herzlich willkommen, hier ist Maja. Hallo, Maja. Wow. Maja, du siehst toll aus. Dankeschön, du auch. Danke. Und man sieht, dass du jemand bist, der wirklich auch Wert drauf legt. Ja, auf jeden Fall. Das gibt mir ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und einfach Motivation für den richtigen Startentag. Und ja, das ist wie so ein Kaffee für dich am Morgen. Ist für mich ein gutes Outfit. Ja. Nun ist das ja auch immer Arbeit, das weiß ich ja nun auch. Also es macht sich ja nicht die Haare, Make-up, macht sich ja nicht von allen. Das ist wie ein Hobby eigentlich. Ja. Und bist du denn niemals so faul, dass du denkst, ach, ist nur mal kurz rüber. Ja, es gibt ja auch den Keim-Box-Style, ne? Einen Jogger kann man ja auch was Gutes draus machen. Okay, das heißt, es ist auch gestylt, aber so ein bisschen downgegradet im Grunde. Genau. Du hast beruflich auch damit zu tun, oder? Ja. Was machst du? Einzelne als Kauffrau. Ja? Ja, ist schon, naja, in der Modebranche auch. Da muss ich immer auch Leute beraten und alles. Genau, das ist ja total wichtig, dass man erstens ein gutes Verständnis dafür hat. Und zweitens auch, ich sag mal, so ein Auge für den anderen hat. Und natürlich den Modemarkt selber auch im Auge behält. Genau. Du willst dich selbstständig machen? Ja. Ich will das so drehen, dass ich das für Festivals, Techno-Festivals, mache ich gerne da so Outfits. Also kann man ja so vielfältige Sachen machen, wie richtig bunt mit Glitzer und allem Möglichen drum und dran. Das macht mir richtig viel Spaß. Also ich sag mal, Festivals, das ist ja kein Durchschnitts-Outfit. Egal, was für eine Art von Festival, das ist ja richtig wusch. Ja, so Elektro-Festivals. Das ist richtig, richtig pimpig. Das ist schon fast wie Kunst, wie auch Drag-Keens zum Beispiel. Ja. Ja.